Wir sind hier in Oberhausen, wo dementsprechend zentiert wird, wo sie eine Rede halten wird vor tausenden AKB-Anhängern. Am Rand dieser Veranstaltung haben sich einige hundert linke Demonstranten gesammelt, die jetzt von der Polizei etwas zurückgedrängt wurden von der Straße. Es kam zu einzelnen Auseinandersetzungen mit AKB-Anhängern. Die Polizei hat es da gewonnen. Insgesamt sind die Gegenkonteste eher etwas spärlich. Es sind einige hundert Menschen, die sich hier gesammelt haben zu zwei Kundgebungen. Einmal um 12 Uhr hier direkt an der Arena und eine andere Demonstration, wie es geklemmt. Kommt! ... Vielen Dank. Vielen Dank.